ja hallo leute und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von Let's Play 4, einem kleinen Horror-Game das wir auch mal aufnehmen werden, ich muss mal in die Optionen, Optionen, Video-Einstellungen und dann machen wir Vollbild bei mir, weil bei mir ist ja gerade kein Vollbild. Hey. Enter. Ähm. Ja, toll. Ah, okay, jetzt. Jetzt ist auch bei mir hier alles perfekt. Alter, mal in die Nase. Gibt was höheres? Nö. Ja, auch nischt. Vierfachkantenglättung, ja, passt schon. Ähm, hin und zurück. Ne, ruckelt eigentlich nicht, ne? Alter, hallo. Was soll denn das? Mein Hund schlägt gerade mein Schuh ab. So, ich würde sagen, wir spielen mal die Kampagne. Äh, nö, wir spielen Einzelspieler. Ein kleines Horror-Game. Jo, Neuespiel. Warten, hier ist ein Fasster. Rekrut. Wir machen mal normal. Kommt nur noch ein Countdown, wie professionell. Wir waren brothers. Prototypen Kommandors in der emergenden Fühle der Psychische Warfare. Ich war die Favoriten. Ich gave sie was sie wollten. Ich gave sie blood. Sie sagen, die Synchronicität mit meiner Mutter macht mich homicidisch. Er war der erste Prototypen. His Enhanced Reflexes made him an unstoppable killer. When my brother found me, he put a bullet in my head. But our psychic link never broke. Like a curse. Bound by blood. 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 Los,看 page. Wir wissen, »Du bist der Prototyp!« Wir wissen, dass du deinen Bruder getötet hast. Töte sie. Töte sie. Töte sie, Bruder. Ach, sie ist zwecklos. Ich kann sie nicht retten. Bis 1600 Kilometer von dir hin. Was? 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 Fähnchen. Krass. Rang Michael. Oh. Rang Michael. Rang Michael. Rang Michael. Rang Michael. aber darauf wollen wir uns jetzt mal nicht konzentrieren ok ich mache mal die untertitel an ganz einfach weil das spiel auf englisch ist und diejenigen die können ich verstehen die rühe wie das geschehen altert die erst mal Kann man die Lichter versuchen? Auch gar nix Alter, das ist ja richtig... So, hier können wir schon mal nicht schreien Können wir hier rein? Nee Was gibt denn diesen Weg? Nahkampf Warum haben wir immer ein Setup... Wittler... ähm... Das ist für mich... Alter... Was war das zur Hölle? War es ein Geist? Haben wir ein Mittel Schaden eingesteckt, aber... Wo haben die denn ihre... Das ist für mich... Das ist für mich... Das ist für mich... Ein bisschen verwirrend... Wo man lang muss... Auch nicht durch... Von hier sind wir glaube ich gekommen... Oder? Von hier... Oder... Von hier... Von hier... Oder... Von hier... Oder... Von hier... Ich wär das auf... Von hier... Ja... Ich da hier jetzt erstmal... Hehehe... Ja, cau... 1 1 nur und für alle holen Verdammt, kann nochmal nicht mehr. Oh shit, Alter. Was ist das? Alter, das ging nochmal gut. Was ist das? 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 Das Blut geht nach oben. Was ist das? 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 Das ist das? die ab alle dunkel ist es heute noch so mit den leistungen ich gehe weiter vor was ist was ist für eine waffe alter ist das blendet jetzt schafften fehl genug alles immer so ein streifen die feine werden lauter die nirgendwo Oh shit Leute, ich habe ganz wenig das Gefühl bei der Sache. Ich darf ein Horror gehen. Okay, ist es auch auf eine gewisse Art. Alter, das war so knapp, ne? So, Alter. Ich brauche Munition. Jetzt ist nur die Frage, was passiert hier mit den ganzen Leuten? Und wo genau müssen wir noch weiter hoch? Alter, ach, das war Schrotwinter. Okay. Okay. Ähm. Ja. Ähm. Ah, hier geht es wieder runter. Ja, die Frage ist, wo müssen wir genau hin? Drücke um laufende Herausforderungen anzuzeigen. Ach so, das ist, ähm, eigentlich gut. Dafür nehme ich mal wieder die Pistole. Okay.